Willkommen zurück zu Let's Play Sniper League TV 2. Let's play habe ich ja ein bisschen, naja, scheiße wieder gehabt, dass ich wieder stuckeln musste. Ich hoffe, das gibt es jetzt wieder, weil beim letzten Mal hat es irgendwie einmal aufnehmen, okay, dann scheiße und dann wieder aufnehmen, war okay. Ich hoffe, dass das hier genauso ist. Und dann wollen wir uns mal gucken. Jetzt wusste ich, wie ich Müller erwischen konnte, mit einem guten Schuss vom Flak-Turm zu seinem Kommandoturm. Aber die Russen hatten sich genährt. Sie schnitten mich von meinem Aussichtspunkt ab. Ich musste die Frontlinie überqueren, an den angreifenden Roten vorbei und eine der am besten verteidigten Festungen in Berlin infiltrieren. Dafür trainiere ich. Nur ich, mein Gewehr und ein Ziel. Tja, und apropos Gewehr, an der letzten Woche haben wir ja ein Gewehr drin 40 bekommen, also schön und gut, aber ich werde jetzt ein K98 greifen. Ich muss ein Agant, Karabiner, AK98 K. Weil er hat, äh, Ding hat ja, er hat den Schecks, um alle verfügbaren Gewehre. Okay, dann muss ich aufgrund von einem bisschen mehr, älter, höher zielen. Und die Feuerwehr auch mit nicht ganz so gut, aber zu der Meter tue ich mal weg, denn, äh, brauche ich eh so wenig. Lieber noch eine Granate mit. So, ich stürme ihn finde ich auch überall, landen finde ich auch. So, und am Start mal jetzt mal. So. Und ich hoffe, er hat jetzt auch funktioniert hier. Ich habe keinen Grund, dass auch alles zu stücken, hier leicht nur der zweite Flaktor ist, der extrem schwierig ist. Nichts da, du großen. Ihr Lust ist nur einer. Oh, da habe ich das vorher geschossen. Also, das ist immer noch im Laufe. Und hier muss ich extrem aufpassen. Okay, wir müssen noch. So ist rechts und aussieht. Ach ja, Berlin kommt zu Ende. Spaß, ich wollte mich, wie viel müsst ihr überhaupt noch haben. Ich habe ehrlich gesagt, ich bin noch nie richtig selbst gespielt. Weiter als wir hier, also bis zum Flakten. Also, das habe ich nicht gespielt. Ich würde mich nicht gespielt. Wie geht mit deinem reviews? Bat hier欸. Ich hab das nicht mehr verletzt. Ich hab das nicht mehr verletzt. Ich bin Latino und hier. Dieklar. Ich bin Töten. Ich geb mich an. Ich bin in Töten. Oh, ich bin gleich. Zu den ersten Raum nur für die Annotation. Nein, heiß, heiß, heiß. Nämlich jetzt fast keine, keine Widerwürth. Ach, ich dachte. Ok, jetzt machen wir jetzt noch einen Leidemort. Eieieiei, fiel ja schon wieder gut an. Wir werden versuchen, eine Folge, eine Mission zu machen. Aber ich wünsche, Max wird zwei Spuren für wir brauchen, ansonsten werde ich halt splitten. Und ich hoffe, dass das jetzt aufnimmt, ansonsten kann ich das nur noch machen. Wo kam der jetzt her? Ja. Ah, ja. Was ist die? Ja, was ist die? Ja, was ist die? Ja, was ist die? Ich bin lorent. Und vielleicht kommt es überall gut aus. Ich bin da, dass sie nicht grün nochmal gewann werden können. Ich bin hier, ich bin hier. Ich bin hier, ich bin hier. Du bist aufnimmt, was du für mich, was... ...hier, ich bin hier... ist ja ja Oh, ich muss noch rauskommen. Ich kann da jetzt hier! Das ist ein Deutsch. So, wo ist mein Ziel? Wo ist mein Ziel? Da ist mein Ziel. Ich muss hier lang. Wieso schließen? Ich hab mich nicht mehr, ich hab mich nicht mehr. Ich hab mich nicht mehr geschossen. Aber... Scheiße! Scheiße! Jetzt weiß ich zwei. Ich hab mich nicht mehr geschossen. Okay, ich hab ein Stück. Eine Schlage. Nein. Ich schadte mich. Ich hab mich nicht mehr gewusst. Ich dachte, ich wusste wie. Okay. Nein. Okay, die Deutschen haben hier los. Sehr schön. So. Ei, 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 ei. Nein! 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 Ja, ich hab die Schlage zu machen. Ich hab die Schlage zu machen. Ja, das ist ein Heizkessel. Aber es sein soll. Ja, ich hab ich ihn nicht mehr. Abzettetet. Nein, nein, nee. Okay, ich bin nicht mehr. Okay, ich bin jetzt noch auf. Okay. Ich glaube, ich habe einen Rassenschlussfeld. Schauen wir mal, wie er das Klang angekommen ist. Steuert mich das in Ajot. Er ist weg. So. 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 Stecker. So. 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 So nett mal auf Willkommen im Flaktor Ich schau da dumm auf, ey Wisst ihr was? Ich schau jetzt nicht als halb einer, ich nachher wieder alles tausend mal mache Ich mach jetzt hier noch mal einen Cut Tut mir leid, Leute, aber ich mach jetzt hier noch mal einen Cut So, da bin ich wieder, nimmt auf, also Ich werd jetzt mal weiter durchgehen Ich hoffe, das ist hier Ziel erreicht Vielleicht mal hier Landmine setzen Stein ausrüsten Lass den Schwerverleihung gehen Steiner Hast du gehört, was in Prenzlau geschehen ist? Ja Keine Überlebene Ich hoffe, dass unsere glorreichen Kommandanten einen Plan haben Ich habe keine Ahnung, wie lange wir noch aushalten können So Rein Was, 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 was Er ist weg, das gewählte ist sicher Scheiße Ja Entschuldig Beide Tun Seine Fen Wir haben noch Schafschütze. Kreis. So und weiter. Wer ist hier denn? Ja, aber ja. So und weiter. Fählen wir hier. So und weiter. Wer ist hier denn? Ja. So. Okay, bei dem ich suche mich finden. Keine Ahnung wo die Bezent sind. Na ja. Hey Latte. Fählen wir zu verbrauche ich. Feind gesichtet! Okay. Verkackte. Grüne Kacke. Okay, Kontrolle. Mal stark. Okay, ich mach's einfach. Sprengwartung. Stopp. Mino. Echt? Hast du gehört was der Prenzlau geschehen ist? Ja. Keine Überlebenden. Ich hoffe dass unsere glorreichen Kommandanten einen Plan haben. Was war das? Was war das? Was war das? Wer ist da? Das Gebiet ist sauber. Keine Gefahr. Was war das? Was war das? Was ist da jemand? Er ist hier irgendwo. Da drüben Kontakt! Oh. 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 Ah nicht so klapp wie ich wollte. Ah. Ah f*** der. Okay. Müssen wir das machen. als da oben geland gestorben ich habe es nicht der freund davon was du gehört was in brenzlau geschehen ist ja keine überleben ich hoffe dass unsere glorreichen kommandanten einen plan haben zu so so seid ihr bereit ausrüsten P5 P5 K16 K15 K16 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 Ausdacht, wenn wir den Typen einen Eiscard einzeln überwischen, überraten können. Kopfschloss. Ich weiß nicht, was ich immer mit den Platten verpasst habe. Hauptzeit, Unterkunft da. Bande gefallen! Mach den Fahrer. Leiche gefunden! Und dann ist das alles einfach schönes. Noch mal. Viel Spaß im Panik. So, das wird natürlich auch immer wieder untersucht. Vielleicht wenn wir nicht mit Neulandmine. Was natürlich anhelden kann. Was steht bei der Nitzel? Hab doch einer. Ach, hier ist er. Ich bin nicht gekommen. So. Ei, 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 so. Sehr, die ganzen Fenster zu ihrem Augen sind. So. Määääääääau. Ich hab einmal noch mal. Warte, natürlich, wird noch gelb. Bomber kommen aus dem Norden, richtet alle Waffen neu aus. Ich hab gepasst, bin er. Was war das? Sicher das Gebiet! Geht wieder hin. Leiche gefunden! Feind gesichtet! Nein! Fuck it! Aufwärts! Wir sind jetzt bei 20 Minuten knapp. Ich würde sagen, dann werden wir jetzt in der nächsten Folge hier weitermachen. Wer es euch gefallen hat, gebt dann um. Bis jetzt in der nächsten Folge. Let's play snappy! Bis dahin! Ciao!